Das war übrigens nicht ich. Ich wünsche einen schönen guten Tag zur Folge 121 Dark Orbit, Reloaded, Server Global Europa 1, International 1, halt der erste verdammte Server. International, ne? Heute gab es in dem Solar Kalender einen Schildgenerator BU02, also sprich den ganz normalen Elite Schildgenerator. Ist interessant für all diejenigen, die noch nicht alle Schildgeneratoren haben, denke ich jetzt mal. Die Musik ist mir tatsächlich ein Stückchen zu laut. Und heute ist Zeustag. Ich gehe mal hier kurz zur Tech Factory und schau mal wie viele Teile dieses Ding hat bei mir. Das sind wie es aussieht 5. 45 fehlen noch, eine Million Uri kostet das Ding noch. Ich habe 13 Keys gesammelt aus den letzten Questen. Mal schauen, was wir rauskriegen aus den 13 Keys. Vielleicht kriegen wir ja mal so eine Zeust im Ganzen raus. Ich habe gehört, das soll ja möglich sein. Von verschiedenen Leuten. Und so. Und so. 13 Keys, wie gesagt, habe ich. Wir haben mal wieder einen Botter. Springt hin und her, wie es aussieht. Moment. Speed Update. Alles so ein bisschen laggy hier mal wieder. War das nicht der eben? Achso. Proben hat es noch nicht rübergeschickt. Sehr gut. Okay. Was ist das hier, was hier steht? Ihr seht hier oben vielleicht gerade die Quest, die ich jetzt habe. Und zwar 30 Venom, Deminitial Spectrum, Sentinel, Soleil School, die hat es alles mögliche will, Caro. Abschießen. Und 20 Krisus töten. Dafür gibt es tatsächlich wieder 5 Reutekies und 30 Log-Files. Ich bin jetzt gerade eigentlich... Ich möchte jetzt eigentlich gerade die 13 Keys versammeln. Ich komme hier aber gerade nicht weg. Oder jedenfalls noch schlecht. Eine Tarnung habe ich nämlich nicht. Geh mal rüber. Vielleicht ist es da drüben schöner. Nee, da sind ein paar Botter wegmachen, ne? Icy's gibt es auch, wie es aussieht. Guck an. Und Ice-Metroid ist aufgetaucht irgendwo. Okay. Ich würde mit Vorliebe aber erstmal die goldenen... ...goldenen Boxen einsammeln wollen. Mal gucken, jetzt seht er mich hier. Ich lasse ihn mal schießen. Ich suche nur goldene Boxen. Ich war es nicht. Ja, er schießt auch irgendwo anders hin. Okay. Da oben fliegt halt noch ein Leonhof. Ähm. Da haben wir eine. Da haben wir noch eine. 13 Stück können wir sammeln. So. Einmal nichts. Also Müll. 88 Schuss X4. Das sind zwei Schüsse bei mir. Ein Hit-Points-Booster für eine Stunde erhalten. Ich glaube, ich fliege mal rüber auf meine Karte. Ist ja leicht gesünder. Und so viele Leute wie hier die Zeus-Drohne haben, werde ich aber auch irgendwann mal das Glück haben. Und die... ...die mal bekommen. Hier, in solche Leute, so wie er hier. Er steht ja jetzt auch gerade hier drüben, ja. Warum auch immer. So funktionieren denn die Bots, wenn sie flüchten. Jumpten dann auf eine Map. Und kurz bevor dieser Angriffsschutz endet, fliegen sie wieder rüber. Naja. Böt. also hp booster am start 400.000 hp mit der herzformation ohne die herkules designs habe ich ja sowieso nicht aber hey rote kisten es gibt übrigens auch momentan die ultra piraten beute sieht man vielleicht auch hier lagen gerade welche hier ist wieder so ein pad mit zum schönen namen die meisten pets die diesen namen haben sind nämlich botter haben wir schon gemerkt ansonsten weiß ich nicht wieso man das pet so nennen sollte zwei logfels in ehrenbooster eine stunde halten naja gut zehn keys sind es noch richtig schön schaden gekriegt war wahrscheinlich im boss sie wurden nicht gesehen jamscheine log files raketen chance booster naja ein bisschen aufstocken den booster ist auch ganz gut hier sind eh zähler unterwegs ist aber diesmal nicht der liebe timo nicht so wie die letzten folgen wo er zufällig vorbeikam mal wieder müll erhalten klasse hier gibt es irgendwie nur müll darf ich mal darf ich mitmachen so er hat jetzt gerade die ring aktiv gehabt immer schön auf die hp gehen habe ich so gelernt weg damit war das jetzt eigentlich meine vielleicht gibt es jetzt auch noch ein schiff design oder sowas ist hustet die die ganze zeit neben mir sag mal aber mir wäre irgendwie die zeusel am liebsten jetzt mal schnell zu graben oder wenigstens mal vielleicht ein einziges recht wirklich nur ein einziges teil das wäre schon gar nicht so schlecht ich würde mal interessieren wie ihr so eure zeus gekriegt habt ihr hier zuschauen schreibt mir das mal die die komplett gesammelt habt ihr gesammelt und dann gekauft habt ihr so gekriegt einfach im ganzen das sieht schlecht aus sagen muss man so sechs kies sind es noch mit 14 irgendwie nicht so gut zum kisten sammeln geeignet überall blaue kisten drüben ist was rotes hier ist es ein feind hier da ja ring formation 28.000 schaden der jump weg da habe ich nichts von vielleicht ist auf 1 3 mehr mehr glück am start für die letzten sechs kies film von mails äh quatsch fünf sieben haben wir jetzt hier versammelt tja war nichts drin was so die letzten sechs mit sich bringen vielleicht mehr vielleicht eine tartarus wäre auch nicht schlecht da ist eine prinzipiell müsste ja eigentlich alles möglich sein acm 1 minen munition alles müll bis auf zwei booster bisher nichts wirklich gutes gekriegt drei booster drei booster kein tan cpu kein nichts kein gar nichts keinen laser oben ist ein vhu pad mikrotransistoren und hybridprozessor da ist eine box gut für das montagewerk gar nicht so schlecht eine plasma buchse eine plasma buchse da ist noch eine noch gleich noch eine nehmen wir die auch noch mit beidem müll emp burst na gut kann man so machen eine prisma buchse so was neues zum bauen jetzt so viele buchsen gefunden blauen beutekie kann ich auch nicht bauen brauchen wir spaltungskostelle für hab ich nicht was ist mit ihm hier das ist also das krempel was ich schon habe nehmen wir mal den letzten key dann gucken wir nochmal bei ec drüben ob wir noch wen finden der da zufällig unterwegs ist so gucken wir mal ein teil des apis drohnenbauplans erhalten da steht so ein a ich kann ja mal die drohnen dann machen und mal durchzählen vielleicht lieber stark orbit merkst du denn was guck mal neun eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun ne und ein a für apis ich brauche keine zweite vielen dank dafür drohnen sind übrigens gerade level 5 gerade gerappt zu oft platzen gegangen die letzten tage jetzt krieg ich schaden guck dir ich bin gar nicht weggeflogen ah den bug gibt es immer noch soll ich mal mitmachen pass auf deine hp auf kollege und pass auf meine hp auf Hilfe kriege ich schon mal nicht das ist schon mal sehr schön doch kriege ich dankeschön ganz fix jumpen hier also das hätte ich jetzt nicht gedacht dass ich das schaffe muss ich ganz ehrlich sagen lass mich doch mal in ruhe hier und lädt er mich denn ein die ganze zeit was will er denn schreibt nix war angegriffen drüben soll ich ihm helfen oder wie ist das vielleicht das was er möchte von mir wahrscheinlich gegen die gleichen ist raus ach das ist wieder er hier kollege jetzt steht auf kami na gut er rappt sich jetzt erstmal voll er mich angreift ist ja klar ziegemilch blöde hin und her ok da kam gerade noch ein zug türsteher tm ok was ist mit ihm hier tartarus stellt sich immer stand kommt wir einfach mal so ok da hat er gar keine designs drin sehr interessant interessant sehr interessant was macht er da red uns da ich jetzt keine lust drauf auf dem spektrum muss ich ganz ehrlich sagen ich weiß zwar wie man das spektrum kaputt kriegt mit ihrem scheiß wenn das an ist nämlich wenn man die sterben benutzt die raketen sind davon nämlich nicht betroffen aber habe ich keine lust drauf so er ist jetzt raus oder was schreibt nix tschüss wird nicht so viel los wie ich dachte na gut das video muss auch nicht so lange gehen ihr habt gesehen 13 keys bringen mir am zeustag ein stück apis drohne und das war's ich wünsche euch noch einen schönen tag vergesst nicht heute gab es einen bo02 also schönen ausristen bis morgen tschüss TTS tschüss Bis zum nächsten Mal.